Du möchtest die so wertvolle Hocke endlich meistern, kommst aber nicht mit deinen Fersen bis zum Boden? Damit dir die richtige Ausführung gelingt, bekommst du heute die dafür passenden Übungen. Frohe Botschaft vorneweg, die Übungen, die ich dir gleich zeige, die musst du nur über einen gewissen Zeitraum machen, bis du stabil runterkommst in die Hocke. Denn wenn du dann mit einer guten Technik hocken kannst, rufst du die Mobilität ja immer wieder ab und es wird nicht mehr notwendig sein, diese Übungen immer und immer wieder zu machen. Warum die Hocke so wertvoll ist und warum du unbedingt hocken können musst, das haben wir in diesem Video erklärt und dort werden auch die vier Bereiche benannt, die relevant sind, um in eine gute Hocke reinzukommen. Das ist einmal das Sprunggelenk, dann die Fähigkeit das Knie ausreichend einzubeugen, die Hüftgelenksmobilität und auch der Rücken spielt eine Rolle. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass die meisten Leute ein Problem mit der Sprunggelenksmobilität haben und genau dort wollen wir ansetzen. Die erste Übung, die wir machen, ist ein Stretch, ist eine Dehnung für die Plantarfaszie, für die Füße und für die Zehen. Warum machen wir das? Erstmal, die meisten Menschen da draußen haben viel zu viel Spannung in den Füßen. Woran liegt das? An herkömmlichen Schuhen, die nicht nach funktionellen Gesichtspunkten gebaut werden, sondern nach optischen Gesichtspunkten und an den immer ebenen Böden, auf denen wir unterwegs sind. Wir haben also zu viel Spannung und wenn wir zu viel Spannung haben, verliert unser Fuß die Fähigkeit zu bronieren, also sich zu entbringen. Und wenn er diese Fähigkeit nicht mehr hat, dann schiebt der Talus das Sprungbein nicht mehr ausreichend zur Seite. Schien- und Wadenbein rotieren nicht mehr nach innen und dann kann das Schienbein nicht mehr weit genug nach vorne. Das werden wir jetzt ändern. Wir müssen die Füße weich bekommen, das ist ein längerer Weg, da muss man ein bisschen länger daran arbeiten. Und wir starten jetzt in eine Hocke-Position. Keine Sorge, du musst mit den Fersen jetzt nicht runter mit beiden. Du gehst ein bisschen breiter, dann bekommst du auf einer Seite die Ferse auf jeden Fall nach unten und auf der anderen Seite gehen wir vorne auf die Zehen. Da bitte, nimm manuell deine Großzehe, zieh sie ein bisschen nach innen, vielleicht auch noch die erste Kleinzehe. Vielleicht musst du auch noch ein bisschen die äußerste Kleinzehe ein bisschen aufräumen. Und dann schieben wir mit dem Knie langsam Richtung Boden, dann wirst du die Dehnung schon merken. Die Grundgelenke hier, vor allem das Grundgelenk der Großzehe, die sollen unten bleiben. Das heißt also nicht auf Teufel komm raus, das Knie absetzen und jetzt bist du nur noch auf den Zehen drauf, sondern erstmal schauen, dass die Grundgelenke der Zehen unten bleiben und jetzt schiebe ich Richtung Boden und lasse das Knie vielleicht ein bisschen schweben, kann mich ein bisschen abstützen mit der Hand, das spielt jetzt keine so große Rolle. Jetzt noch ein bisschen die Frage, wie viel Gewicht kann ich reingeben, wie viel Dehnung hältst du aus? Musst du ein bisschen mehr hier aufs andere Bein oder kannst du ein bisschen mehr Körpergewicht reingeben? Und hier würde ich dir empfehlen, bis zu zwei Minuten zu dehnen. Das ist aber am Anfang zu viel, da faulen dir die Zehen ab. Also fang vielleicht mal mit einer Minute an, nimm dir einen Timer oder zähl bis 60. Wenn du das gemacht hast, setz dich kurz hin und gib deinen Zehen in Ausgleich. Also bieg die mal in die Gegenrichtung, vielleicht die Großzeige explizit nochmal ein paar Mal hin und her. Mache dann die andere Seite und vielleicht reicht dir auch erstmal ein Durchgang. Insbesondere wenn du das als tägliche Routine machst, dann ist es durchaus ausreichend, eine Runde zu machen. Kommen wir zur nächsten Übung. Bei Übung Nummer 2 kümmern wir uns um den Nachbarn des Fußes, nämlich hier die Wadenmuskulatur, die oftmals auch viel zu viel Spannung hat und verhindert, dass das Knie weit genug nach vorne schiebt. Du mit dem Schwerpunkt entsprechend weit genug nach vorne kommen kannst, um die Ferse abzulassen. Möglicherweise wird es so das Hässlichste sein, was du bis jetzt je gemacht hast im Bereich des Trainings. Wir machen nämlich einen Waden-Smash. Also wir geben da ordentlich Druck rein. Du hast ein Organ, das Golgisen-Organ, was die Spannung des Muskels misst. Und wenn das eben feststellt, die Spannung ist richtig hoch, dann sorgt es nach und nach für eine reflektorische Entspannung. Aber wie ich eingänglich gesagt habe, das musst du nicht allzu oft machen. Ich habe jetzt hier mal drei mögliche Tools. Du kannst entweder eine Hantel nehmen, wo du dann deine Warte auflegst. Wenn du so etwas hast, wie ein schönes Parallet hier, dann ist das auch wunderbar. Ein Kettelbell oben der Henkel, das funktioniert zum Beispiel auch. Oder du nimmst einen Blackroll. Das ist vielleicht auch erstmal ein bisschen die softere Variante, wenn das für dich am Anfang zu krass schmerzhaft ist. Ich nehme jetzt mal Variante Hardcore, nehme hier meinen Parallet und lege jetzt meine Wade auf. Versuche hier so ein bisschen den Triggerpunkt zu treffen. Also ich bin nicht unten komplett hier im unteren Wadenanteil, im Soleus, aber auch nicht komplett im Zwillingswadenmuskel. Aber ich nehme so den unteren Anteil des Zwillingswadenmuskels mit. Wir suchen natürlich immer ein bisschen nach dem Schmerzpunkt. So, hier lege ich jetzt mein Bein auf und überschlage das andere Bein. Und das kann schon reichen, dass das ordentlich reinzimmert. Hier würde ich auf jeden Fall mit einem Timer arbeiten, mir ein paar schöne Gedanken machen vielleicht. Und vielleicht ein bisschen gute Musik. Und jetzt kann ich hier Druck in meine Hände geben. Ich könnte meinen Po abheben, schweben lassen. Wobei das über einen längeren Zeitraum ein bisschen mühsam wird und auch nicht zwingend notwendig ist. Aber zumindest kannst du hier dann das Gewicht entsprechend verlagern. Und diesen Smash, ja, den mach mal mindestens zwei Minuten. Veränder auch ein klein wenig die Position. Das kann wirkungsvoll sein, bis rauf zu zehn Minuten. Also dass du zehn Minuten, ja, auf einer Wade bleibst, um dann auf die andere Seite zu wechseln. Das gibt auch Schmerzen danach und gibt auch an den Folgetagen vielleicht etwas Muskelkater. Aber es lohnt sich das im Rahmen dieses Prozesses einige Male zu machen. Weiter zur nächsten Übung. So, Übung Nummer drei ist der Pike Stretch. Den gebe ich dir jetzt mal in verschiedenen Varianten. Wenn die Wade und grundsätzlich auch die Körperrückseite noch ordentlich zu ist, dann wirst du es dir erstmal ein bisschen leichter machen müssen, um reinzukommen. Was heißt reinkommen? Wir finden einen Abstand zur Wand mit unseren Fußspitzen. Und da ist es jetzt grundsätzlich erstmal so, wenn ich weiter weg laufe, komme ich leichter rein. Ich muss es gelingen, mindestens mit dem Nacken hier dran zu kommen. Also wenn der Kopf irgendwie sich in die Wand rammt, dann ist das Ziel verfehlt. Ja, und wenn ich weiter weg gehe, dann komme ich leichter rein. Für mich wäre das jetzt viel zu weit, weil ich buffe jetzt nämlich mit dem Kopf unten. Das heißt, ich gehe jetzt näher ran. Kann man so ein bisschen bemessen. Bei mir ist immer so kleiner Finger bis Daumen. Das ist aber schon relativ nah. Da habe ich eine relativ hohe Kompression. Und dann rutsche ich rein und bekomme jetzt eine solide Dehnung auf der gesamten dorsalen Kette, auf der gesamten Körperrückseite, aber eben auch intensiv in den Waden. Viele spüren hier dann die Knie, sehen auch nochmal relativ stark. So, jetzt aber erstmal einen Schritt zurück. Wenn ich da nicht reinkomme und ganz am Anfang stehe, dann gebe ich immer meinen Schülern hier etwas zum Abstützen. Hier ein Fitnessbag. Nimmst du dir irgendwas, eine Erhöhung. und lege auch erstmal etwas unter die Fersen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Fersen runterbringen, um in die Position reinzukommen. So kannst du dir am Anfang helfen. Wenn du jetzt schon besser bist, also erstmal in die klassische Position vom Pikes Stretch reinkommst und willst jetzt mehr die Wade ansprechen, die wir eben in der Übung davor schon mal weich gesmasht haben, dann können wir hier das Spielchen ein bisschen umdrehen. und erhöhen den Vorfuß und nicht die Ferse. Und gehen dann in den Stretch rein. Und in dem Moment habe ich natürlich von Anfang an mehr Dehnung in der Wade. Und da wir jetzt ja vor allem auch die untere Wade ansprechen wollen, kann ich jetzt hier auch noch anfangen, ein bisschen mit leicht gebeugten Knien zu arbeiten. Jetzt will ich ein bisschen weiter weg. Um ein bisschen mehr den unteren Anteil der Wade zu bekommen. Und hier macht es auch durchaus Sinn, vielleicht mal so ein bisschen dynamisch zu arbeiten. Also in den Stretch reinzuschieben und wieder raus. Wie gesagt, gerne mit leicht gebeugten Knien, um mehr den unteren Anteil zu kriegen. Und wenn ich in die Streckung gehe, wirst du spüren, es ist mehr Kniekehlenbereich und Zwillingswadenmuskel. Hier auch wieder mit einem Timer arbeiten und zwei Minuten auf jeden Fall investieren und gerne auch zwei bis drei Durchgänge machen. Wenn du diese Übung gemacht hast, dann nimm die gewonnene Mobilität und geh direkt mal in die Hocke. Wer die Ferse nicht runterbringt, der macht es sich einfach. Wenn ich jetzt hier noch meine Wand in der Nähe habe, dann kann ich ja die Wand nehmen, finde da einen guten Abstand dazu und lehne mich entsprechend dann an der Wand an. Jetzt muss ich nur gucken, dass mein Ton hier nicht zerquetscht wird. Und finde so eine Position, in der ich dann ein bisschen komfortabel hocken kann und Zeit verbringen kann. Wenn das noch too much ist, kann ich Wand plus Fersenerhöhung nehmen, um Zeit in der Hocke verbringen zu können. Und wenn ich frei im Raum hocken möchte und Zeit in der Hocke verbringen möchte, ohne dass es stressig wird, dann erhöhe ich mir einfach die Fersen. Idealerweise unmittelbar nach der Übung das machen und auch sonst über den Tag verteilt, einfach immer wieder Zeit in der Hocke verbringen. Mein Paradebeispiel ist immer in der Zukunft nicht mehr im Stehen, Zähneputzen, sondern in der Hocke. So, jetzt waren das natürlich ein paar schöne und auch hilfreiche Übungen. Natürlich ist das Beste immer ein ganzheitlicher Ansatz, den gesamten Körper in Betracht ziehen. Das tun wir in unseren Online-Trainingsprogrammen und gerade unser Mobility-Programm für Anfänger. Das rangt sich auch stark um die Hüfte und somit um die Hocke herum. Und da gibt es noch ein paar andere sehr, sehr hilfreiche Übungen, um da schnell und sicher ans Ziel zu kommen. Das wird hier unten in den Kommentaren angepinnt. Ich freue mich auf jeden Fall über ein Däumchen nach oben für dieses Video, dein Feedback zu den Übungen. Ob der Wartensmash richtig eklig für dich war, das Ganze auch mal hinschreiben. Dann wissen die anderen, dass sie vielleicht nicht die einzigen waren, die gelitten haben. Ich bin an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.